Ja. Hallo ihr Lieben, ich bin Ralf Schmidt und in meinem Business mit den Impulspiloten stehe ich für unkonventionelle Events und Weiterbildung. Ich bin in der GSA, weil ich diese Community von 800 verrückten Kollegen und Kolleginnen total schätze und wahnsinnig viel von euch lerne. Und ich finde eine starke Gemeinschaft, die Zukunft weiterbringt, uns weiterbringt und wir eine coole Community sind. Mein Schwerpunkt im GSA-Vorstand ist, die Veranstaltungen der GSA, wie zum Beispiel die WIKO und die Convention, noch cooler zu machen und noch weiter nach vorne zu bringen. Und hier Silvia und Hanna aus der Geschäftsstelle zu unterstützen und alle anderen auch, die mit uns die coolen Conventions machen. Und bei unserem Motto, zum Zusammenen Zukunft zaubern, in dem Zusammenhang möchte ich mich engagieren. Ich möchte Silvia an der Seite stehen als Vizepräsident und ich liebe die GSA. Ich bin seit 2011 Mitglied. Sprecht mich an, sprecht Silvia an, werdet Mitglied in der GSA und habt Spaß in dieser absolut verrückten, sehr einzigartigen Speaker-Community. Mojang Ralf Mojang Ralf